kein durchkommen in the witness und es soll auch das motto dieser folge sein das gibt es hier und da haben wir noch kein tutorial für gehabt dann mache ich das jetzt auch noch nicht ich sehe das nicht ein jetzt nicht bald ist wenn wir jetzt nicht bald das tetris tutorial finden schon mal da hinten ist noch so ein blaues das haben wir auch noch nicht gemacht wir müssen die tür aufklicken warum finden das tutorial nicht nicht ich würde gerne mal wissen wo das nächste offizielle gebiete so hier ist aber hübsch wahrscheinlich haben wir sind wir schon eigentlich ganz gut dabei so von den gegenden wir brauchen halt jetzt mal dieses tetris tutorial anders wird das nicht so setzen zwar hin da sind auch überall diese symbole das war oben auf der alten auf der kleinen burg vom anfangsgebiet aber auch so jetzt ständig das auf dem dach war auch so ein relax platz und da lag auch auf dem kissen war dieses symbol drauf und auch noch was zu schön relax platz aber ja sagen kann man schon machen kann man machen ach mal ist das vielleicht das boot das wäre schön ein rostiges schiff da hinten kommst du rüber glaube ich ein bisschen wie bei destiny im anfangsgebiet ganz genau so dass wir das nicht mehr geschossen wird ist auch so eine öltanker wo so eine blöde quest drin ist genau wie bei destiny hier ist auch wieder von oben kannst du das stimmt da so lang ja da kannst du davon ihre hat vom turm aus oder und hat es auch hier ja 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 komm weiter bildausschnitt jawohl weißt du was geschafft da geht es jetzt aus irgendeinem grund nicht das ist noch in den richtigen winkel findet das richtig schön rund aussieht ich zu schon noch hinten so hat das jetzt da funktioniert da war es auch nicht viel besser da kriegst du schon noch hin du musst du den richtigen vielleicht dass da nichts rein ragt oder so ja das eben hat nämlich dieses ding noch reingeragt ja ganz zufrieden ist er noch nicht ne fast also das zeichnen für dass es fast richtig ist noch ein bisschen runder aussieht ne so kalt kalt ja mit gewalt geht es auch nicht toll ja das ist mit der kante genau abschließt es rund ist ja aber nichts rein ragt ein stück nach oben gehst ja ja hallo das ist wie beim anderen das kriegst du jetzt schon hin vielleicht dass das rechts nicht irgendwie nicht offen ist genau das muss schon genau ja das ist nicht sondern das ist doch fast richtig aus unten schließt er nicht ganz so schön ab da brauchst du die kante von dem von dem stahlträger doch oder so ne so ist es nicht schön das muss auch nicht rund so ist doch tipptopp na anscheinend jonathan sagt nein das ist mir jetzt zu doof das können jetzt nicht einfach hier weggehen doch nein wir sind doch jetzt einmal hier wir machen lassen sich nicht aus und gehen woanders hin vielleicht von hier so kann auch sein ne da hast du ja unten voll den zacken drin von hier das ist unten ein bisschen zackig das ist nicht aber wie war es denn bei denen die war doch auch nicht so tipptopp anscheinend haben wir es aber gut getroffen bei das schon schon ziemlich tipptopp 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 ja es ist schon echt gut rund aber dieser stahlträger hier der nervt echt ein bisschen vielleicht ist ja egal danach sonst nicht irritieren lassen darf so zum beispiel fast ja das kriegst du schon hin ich glaube an dich daniel immerhin auch total schön rund da dieses loch hier das ist glaube ich noch ein bisschen da ist nochmal da funkt es noch ein bisschen mehr da funkt schon ordentlich ja aber dann das ist doch albern als als unbeteiligter zuschauer kann man ein bisschen schadenfreude manchmal haben tatsächlich ich mag jetzt nicht mehr ja aber gleich auf dem rückweg das lassen wir nicht so wir wissen auf jeden fall wo das ist hier geil ist hier noch um gottes willen das hört doch eben auch gerade so aus als könnte man sowas machen um gottes willen wo hier ja wo wo ist denn hier denn das ist ja auch ähnlich wie bei den tabletten die macht einen ja auch mal nicht so spannend hier gerade ne gar nicht damit nichts zu tun ich merke das wirklich dass man ist ja auch wieder so ein bisschen dieser motion sickness und ähnlich wie beim eine reaktion darauf ist dass man müde wird ist ja auch ähnlich wie bei den tabletten die machen einen ja auch müde gegen motion sickness achso das ist eine abwehrreaktion das habe ich auch auf dem schiff gemerkt als ich ja auf dem kreuzfahrtschiff war dass eine abwehrreaktion vom körper ist wenn du so ein bisschen probleme damit hast mit dem seegang dass du müde wirst so damit der körper schläft und nicht wahrscheinlich die meiste zeit ging es ganz gut aber wir hatten mal so eine phase wo durch so einen sturm gefahren sind fünf sechs tage lang und das hat schon bitter wenn fünf sechs tage und es nicht angenehm ist und es einfach nicht aufhört tage lang ja und da war ich halt ständig müde und schlecht war mir auch aber hatte auch müde sonst merke ich jetzt auch schon wieder ja ging doch oder nicht ne jetzt muss ich erst zu so einem so geht's boah wie viel sind denn davon versteckt auf jedem so einem obelix sind doch zig tausend obelix wenn ich weiß wovon wir sprechen daniel war mal synchronsprecher oder ist gewesen oder wie auch immer in dem obelix film den neuen asterix und obelix was in dem letzten der real ne war ein trickfilm ne äh animationsfilm animationsfilm asterix im land der götter hieß der stimmt und daniel du hast da so einen soldaten gesprochen oder bei einem spanischen sklaven gesprochen na dann ist dann fast das gleiche wenn wir das genau nehmen was hast du gesagt kannst du es noch reproduzieren ah freiheit und dann jeder von uns muss kriegen eine wohnung in die neue haus das hört sich fast eher italienisch an ja es hat ein bisschen so einen reichernitzki touch der alte italiener der alte italiener und spanier ne aber die der sprach auch im original so der ranitzki der sowieso boah junge junge davon gibt es übrigens auch ein clip oder insgesamt zu der aktion auf unserem kanal falls euch das interessiert richtig den film gibt es zu kaufen kommt bestimmt aber auch irgendwann im fernsehen ja toll und jetzt ist hier essig oder was da sind noch mehr löcher und oh ne ist alles total öde hier da muss man bestimmt auch das grüne mit was anderem grün und dann ist es zu einer so einer ja und dann kannst du von oben von dem kette kombinieren aber das ist mir jetzt echt so doof ich will es ich will jetzt endlich diese tetris tutorial die will ich auch alles andere ist doch scheiße ja ich pflichte dir ganz enthusiastisch bei die endlose suchen auf dem tetris tutorial ich komme hier nicht mal mehr raus bin ich denn hier reingekommen gar nicht aber ich glaube da lag was auf dem boden dann können wir uns hier einen sinnlosen audioschnipsel anhören das ist aber so das ist 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 und Providence, das konnte gar nicht so gut zu retten, all diese unheimliche Familien das waren, der Vaterland zu suchen für bessere Zeiten elsewhere. Er hat sich aus dem Grund all ungenere suspicions über die Honesty von builders und contractors. In such ways, er hat sich eine Sincere und Comfortabel conviction das sein war sicherlich und seaworthy. Er hat sie mit einer lighten und und benevolent wishes for the success of the Exiles in their strange new home it was to be. And he got his insurance money when she went down in mid-ocean and told no tales. What shall we say of him? Surely this, that he was verily guilty of the death of those families. It is admitted that he did sincerely believe in the soundness of his ship, but the sincerity of his conviction can in no wise help him, because he had no right to believe on such evidence as was before him. He had acquired his belief not by honestly earning it in patient investigation, but by stifling his doubts. And although in the end he may have felt so sure about it that he could not think otherwise, yet in as much as he had knowingly and willingly worked himself into that frame of mind, he must be held responsible for it. I thought I was going to do because there was this there was there there was there 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 we found in the of the tetris it there also we have the laser done gemacht, das ist was zählt. Eben, den Laser. Ja, Laser. Du musst den Laser abholen. Ja, das ist immer ganz wichtig. Ja, klar. Den Laser schon im Editorial abholen. Mindestens. Oder im EDI. Oh, schau mal, da ist doch eine an. Vielleicht komme ich ja doch runter. Na, geh runter. Die habe ich nämlich vorhin übersehen gehabt. Das war auch eine Laserumfrage. Oh, da habt ihr bestimmt gedacht, so, ja, da warst du doch schon fast am Eingang. Na gut. Das sieht cool aus, das schaffe ich. Flop. Ha, da wird das TetrisX erklärt. Meinst du? Nein. Du hast mir den Schatten erklärt, was wir hinten beim Monastery gebraucht hätten. Was wir da schon geschafft hatten. Ja. So, die hier erklärt. Ja, danke, Spiel. Das ist auch scheiße. Das ist auch Quatsch. Das erklärt uns jetzt Rätsel, die wir schon längst geschafft haben. Ja, nur, dass wir halt... Da zoomen die jetzt wieder hin, oder? Achso, jetzt. Ah, das ist jetzt... Ja, aber wenn du im Weg stehst, musst du halt merken. Oder halt vom Weiten lösen. Ja, toll. Das ist jetzt natürlich alles Pille-Palle, ne? Das ist auch totaler Scheißdreck. Das ist ganz locker. Pille, mein Arschloch. Aha. Aha. Na, mach was. Mach was. Mach was. Ich muss nicht überlegen, wie die Äste normalerweise drauf fallen würden vom Schattenwurf. Ach. Viel besser. Viel besser. Ich muss das Licht durchlassen. Du bist ja geil. Lass das Licht herein. Good morning, starshine, da. So geht das. Na gut. Natürlich die leichte Lösung für Deppen. Aber geht auch. Du musst dir merken, wie das Licht darauf fallen würde, wenn... Schon klar. Ui. Da muss man da einfach das Gitter sich abwegdenken, oder? Korrekt. Das Gitter ist nicht wahr. Das Gitter ist ne Lüge. Ey, das kann doch nicht sein, dass sonst das blöde Schattenrätsel erklärt. Aber auch in sieben Schalltafeln. Ja. So ne Kack. Ja, alles wird gut. Nein, nix wird gut. Geht nicht. Muhahaha. Müssen wir wahrscheinlich jetzt Ästen folgen vielleicht diesmal. Statt halt, dass sie es durchkreuzen. Also da ist so ein Kabel drauf und oben der Baum und da hängen auch so Kabel runter. Oh je. Die Kabel zählen dann nicht. Oder was? Nur die Äste zählen. Nur die Liebe zählt. Vielleicht wenn du da oben nach unten gehst. Genau. Nach unten. Jetzt nach rechts. Ach so, ja. Da durch. Nach unten. Da soll man abgeschreckt werden, dass der Erste... Und nach oben. Zack. Dann ist gute Normandie hier. Wenn man auf geht, dann werden wir zusammen geschossen. Ich bin übrigens fast fertig mit Blueprint von Armagellon. Ja? Ja. In der sechsten Folge jetzt irgendwie noch zwei Stunden oder so. Das ist super. Ich freue mich schon auf die, ich freue mich auf die Mongolen-Folge. Auch interessant bestimmt. Und der Punische Krieg, der interessiert mich auch total. Habe ich noch nicht gehört. Ganz schön geil. Ja. Ich habe schon länger nach einem guten, ich habe ein paar schon mal gefunden, die ganz nett waren, aber nach gutem so einen historischen Podcast geflucht. Und äh... Der ist super. Richtig super. Und vor allem so geil lange Folgen immer. Das macht einfach Spaß. Ja, ja. Das geht auch immer so schnell vorbei. Da denkt man sich immer so, ich habe ja jetzt noch acht Stunden vor mir und dann huck zuck. Aber man hat ja, ich habe ja gemacht, 53 Folgen, die im Schnitt irgendwie so zwei, drei Stunden gehen. Und da hat man für eine Weile erstmal was zu hören. Mhm. Wie geil das für jemanden sein muss. Also, das beneide ich euch einfach. Ohne jetzt das hier Eigenlob. Aber wenn man jetzt GameTube entdeckt, ja? Auf was man alles hingewiesen wird, was Tolles gibt in der Welt oder wie? Nee. Ja, das auch. Aber wenn man jetzt GameTube entdeckt und GameTube gut findet, dann hast du ja in der Lotterie gewonnen. Ach so. Boah, nee, oder? Ist das... Nee. Dann hast du ja Material für tausend... Boah! Schön verarscht. Dann bist du ja versorgt erstmal auf lange Zeit. Ja, dann hast du erstmal gut zu tun. Und es lohnt sich. Ich würde ja keine Ahnung. Das heißt, wenn ich jetzt nicht bei GameTube dabei wäre, was ja für mich persönlich eigentlich sehr grauenvoll ist. Dabei zu sein, wenn du nicht dabei wärst. Weil du das nicht genießen kannst als Außenstehender, meinst du? Nein, weil ich ja ständig mit euch Idioten zu tun haben muss. Aber ähm... Du bist einer. Wo ist denn jeder Twist? Kein Twist. Nein, aber ähm... Ich glaube, es gibt echt Schlimmeres als GameTube zu gucken. Ich glaube auch. Aber das stimmt auch tatsächlich. Was zum Beispiel schlimm ist, ist wie viele... Ah, siehst du, da muss ich jetzt den Dings wieder folgen, oder wie? Diesmal musst du den folgen, den Ästen. Das ist blau. Das erklärt dann nämlich jetzt, ne? Also, ey, das... Ja. Wie viele Rätsel wir jetzt machen? Das sind alles Tutorial-Rätsel. Ja. Für die Dings. Für dieses... Fürs Kloster. Fürs Kloster, das wir vorher entdeckt haben, weil es auch vorher auf dem Weg lag. Das war ein Schwachsinn. Ähm... Wolltest du es noch zu Ende bringen, deinen Gedanken? Welchen Gedanken? Weiß ich nicht. Du hast es schon wieder vergessen. Ich kam jetzt auch darauf, weil hier jetzt jemand unter das Bloodborne Let's Play geschrieben hat. Der uns erst durch Bloodborne Let's Play entdeckt hat, was ja nicht so neu ist. Glaube ich jetzt auch erst durch den DLC. Mhm. Oder durch das Original bin ich nicht ganz sicher. Ach Gott, wie soll denn das gehen? Und ähm... Der ist halt ganz begeistert, weil er jetzt halt so viele Sachen gucken kann und auch sich da rauspicken kann. Er hat jetzt irgendwie... Wie viele Let's Plays haben wir denn schon? Verschiedene Titel. Schon ne Menge. 200? Und wenn es reicht? Ja, schon mehr. Irgendwie 5.000 Videos, oder? Boah, ich weiß ja nicht. Ich hab nicht mitgezählt. Ne, das ist wieder angezeigt. Wo soll ich denn? Wo geht's denn jetzt hier hin? Achso, hier. Mach du das mal. Ich erzähle hier noch weiter. Ich glaube, wir haben ungefähr 5.000 Videos. Oh Gott. Wie soll das gehen? Oh Gott. 200 Let's Plays haben wir bestimmt. Oder 300? Ja. Keine Ahnung. Also dann hat man auch eine gute Auswahl. Wenn man jetzt sagt zum Beispiel, ähm... 200 Let's Plays haben wir bestimmt. Man mag jemanden von uns nicht. Das wird er öfter mal genannt. Oder man mag halt bestimmte Spiele nicht. Oder was auch immer. Da hat man trotzdem jetzt genug... Also schon genug zu tun. Das ist wahr. Ganz schön geil. Das ist aber ähnlich wie mit dem Dan Carlin. Also dieses Hardcore History, das wir jetzt ein paar Mal erwähnt haben. Das, was mir gefällt, ist man so froh. Manchmal bin ich begeistert, dass man jemanden entdeckt hat, der schon seit Jahren was macht, den man nicht kennt. Mhm. Weil man dann halt dann... Weil man jetzt jemanden entdeckt, und findet ihn total super, und findet dann raus, der hat erst vor ne Woche angefangen. Und dann denkst du ja, danke. Was mach ich denn hier jetzt? Ist der eine Ast jetzt offiziell abgebrochen? Oh! Offiziell abgebrochen. Kannst du das irgendwie... Wenn der zusammen wär... Aber der gönnt ja eigentlich nicht zusammen. Dass das genau der Trick ist, dass das eigentlich nicht zusammen gehört. Das ist genau der Verarsche, ja. Genau, die gönnen eigentlich gar nicht zusammen. Aber das heißt, wie komm ich dann zum Schützen? Aber wie... Wie haben die zwei Äste denn sonst miteinander zu tun? Ja gar nicht. Gar nicht. Das ist ja der Witz daran, dass sie gar nicht miteinander zu tun haben. Gar nichts hat hier miteinander zu tun. Und das musst du auch mit einfließen lassen, dass sie miteinander nichts zu tun haben. Aber wie ist die Frage? Dann ignoriere ich jetzt mal die und gehe hier mal außen rum und schaue, ob das was bringt. Ah, nee. Hahaha. Nee, du musst nicht. Achso, ich... Kann ich hier nach... Nee, siehste, da müssen wir jetzt nach links rüber auf die Außenbahn. Aber nee. Das war jetzt... Der Lacher war jetzt nicht gerechtfertigt. Übrigens. Ein Lacher ist immer gerechtfertigt, Daniel. Lachen macht das Leben schöner. Und jetzt? Muss ich... Muss ich jetzt wieder mitdenken oder was? Ich fand es ganz nett, dass du hier irgendwelche Sachen machst und ich einfach... Ja... Im Prinzip müssen wir uns doch den Baum angucken und das vielleicht von da aus extrapolieren. Ja... Mach mal. Das ist doch eh ein Tutorial hier. Das braucht man eh nicht. Das ist ja wahrscheinlich nicht mein Laser. Und die Laser ist doch alles nichts wert. Das ist richtig. Kann man nochmal probieren. Jetzt sind die ja tatsächlich irgendwo näher verknüpft, aber... Nee. Nur unten an der Baumwurzel. Die anderen Äste gehen ja auch immer ins Nix. Wohl nicht so aufgepasst. Diesen normalen Weg hast du praktisch schon gegangen, oder? Jetzt rüber und dann runter. Den hast du einfach schon gemacht. Mhm. Okay. Nur, dass wir das einmal ausgeschlossen haben. Den habe ich nicht probiert. Hä? Aber der ist eh blöd zu messen. Ich meine... Der ist eh blöd. Nee, der ist nix. Ist das Kabel denn noch an? Aha. Zeig mal. Guck mal hoch. Nur wo sich die Schatten berühren. Und nicht die Äste. Fucker. Interessant wäre, wo das nächste Kabel ist. Hier rechts. Muss doch hier rauskommen irgendwo. Ja, hier ist es doch. Achja. Tja, das sieht ganz nach Laser aus. Tür aufgegangen. Laserschmeiser. Da sehen wir aber die linke Hälfte. Da ist jetzt halt das Tor im Weg. Muss ja denken, wie das wohl gehen würde. Nee, das hat er auch nicht. Der Ast geht eh nur bis dahin. Richtig. Okay, dann guck dir mal das Tor an. Da sind ja auch Äste drauf auf dem Tor. Ja, deswegen ja. Ja, aber... Müsst ihr das Tor nicht angucken? Dass das da raus ist? Das ist halt der eine Ast, der da zu sehen ist. What? Da ist auch kein Ast mehr davor, Freunde. So kann man irgendwie... Vielleicht... Das wollte ich mal gucken, ob irgendwie... Na, na, kannst du vielleicht da mit den Blättern irgendwas machen? Oder wenn du weit genug zurück gehst? Nee, da sind genau... Ja, aber es ist halt direkt vor dem... Das hat irgendwas... Einen Schatten da rauf fällt, der zählt. Auf das Tor. Ja. Guck grad, ob das... Nee, ist auch nicht so leicht zu erkennen. Oder dass du da lang gehst, dass du kein... Na, das geht auch nicht. Kein Licht berührst. Dass es genau umgekehrt ist... Warte mal. Das sieht so aus, als würde ich halt hier oben rauskommen, gell? Ja. Ja. Also irgendwie so. Also es sieht es mir so aus, als müsste ich... Ah, das... Schau mal, Georg. ...den langlaufen. Ja, nicht ganz. Ich muss ja wahrscheinlich... Ich muss ja nur... Alle, die berühren die... Nee... Nee... Geh... Wenn du es so machst, dass du kein Licht berührst... Der Schattenwurf ändert sich ja nicht so in der Perspektive, da bleibt der gleich. Ja, ja. Wenn du praktisch oben lang gehst jetzt, dass du vom Startpunkt kein Licht berührst. Hoch. So. Und dann runter. Und dann jetzt... Und dann jetzt dem Schatten folgst. Aber hier berühr ich dir Licht. Ja, dann... Da zieht das... Da müsste aber das eigentlich noch runterfallen. Das Tor, weißt du? Mhm. Das hat eine Idee... Nee, eins runter. Genau. Runter jetzt. Genau, da lang. Ja, runter. Haben wir noch irgendeinen falschen Weg dann? Aber so müsste es doch... Na... Vielleicht ist die Idee auch falsch. Es gibt doch keinen Weg, die andere Tür aufzumachen, oder? Das wäre halt die Frage. Geht da noch ein Kabel hin, oder irgendwas? Nee, aber das Kabel, was da hingeht, sieht man auch nicht. Das verschwindet hier einfach. Na, jetzt denken wir mal, dass man hier ein Kabel sieht, dass man irgendwas macht. Ist das da auf uns? Ist das ein Kabel auf dem Boden? Ja, guck. Tatsächlich. Siehst du? Nee, das ist ein Ast. Eine Wurzel. Nee, das ist ein Kabel. Ja, schwer zu sagen. Ein Kabel. Das ist ein Kabel. Da geht's weiter. Haha. Ja, okay. Das ist echt fies. Schon? Nö, wo ist es jetzt? Keine Ahnung. Hier ist es doch. Hier geht's. Hier, oder? Hier. Hier ist es. Ja. Hier ist es. Ja. Da lang. Ah, okay. Wo ist es jetzt? Da ist es. Geht's im Boden. Da. 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 Ah. Nee. Doch. 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 Das ist auch schon aktiviert. Aber da ist halt diese Platte davor. Aber da ist halt diese Platte davor. Achso. Da muss ich dann dazu denken. Ja. Ja. So nämlich. Ja. Äh. Boah. Aber ich muss außen rum gehen, ne? Ja, ja. Auf dem Schalter nach unten. Nicht die Schatten kreuzen. Und da siehst du den anderen Weg. Siehst du mit Licht? Glaube ich. Ok. Obenrum praktisch. Ne. Achso. Ja, das ist. Ja, ja. Warte mal. Ähm. Moment. Ist doch nicht da. Ok. Das mach ich noch schnell. Dann mach das noch schnell. Mach ich das noch schnell. Dann mach das noch schnell. Dann mach ich das jetzt noch schnell. Oben rum, ja. Das hat er schnell gemacht. Habe ich jetzt ganz schnell gemacht. Man sieht ja die Pfade immer außen aufgemalt. Man muss sie nur nachmachen. Also praktisch jetzt... Innen sieht man ja nach links. Hat man ja den einen Ausgang. Wo ist überhaupt der Ausgang? Da ist oben... Ah, hier, okay. Dann außen rum. Du musst nach links. Dann einmal ganz außen rum, praktisch. Das ist es. So nach links und dann nach oben. Wie kann man das machen? Muss man das von der Seite machen, oder was? Ne, man muss nur nah genug ran. Ach so, hier geht's. Ja, und jetzt außen rum. Und du hast es geschafft. Das hast du schnell gemacht. Boah. Aber immer noch keine Tetris-Rätsel. Nein. So, jetzt schauen wir uns das hier noch an. Und da darf jetzt der gute Martin wieder ran. Ja, da sieht man links ja schon die Schatten. Und da hinten sieht es voll noch Tutorial aus. Ah, Tetris-Rätsel. Bis dann. Ciao.